Hallo! Herr Dusserlager, Polizei! Ich möchte meine Dusserlager von Ebenen wiederholen. Noch haben Sie Gelegenheit, das Camp einwillig zu verlassen. Wenn Sie das nicht wollen, werden wir das Camp eindringen nach Einbruch. Wir werden auch nur die Zaunvorrichtung öffnen, um Sie im Camp abzuholen. Soweit Sie am Widerspann fortsetzen wollen, bitte ich Sie, sich im Camp Platz zu nehmen. Soweit Sie durch aktives Platz nehmen, sich wegtragen lassen, Ihr Protest tun, sehen wir das nicht als Widerspann. Beim Vorgehen der Polizeikräfte bitte ich darauf zu achten, dass Sie sich nicht den Kräften entgegenstellen. Jegliches aggressives Handeln, jegliches Anraten von Polizeikräften wird als Widerstand gewertet und nur zur Anzeige gebracht. Ich bitte Sie einfach nochmals, diesem Aufruf Folge zu leisten, das Camp freiwillig zu verlassen. Oder sich in der Mitte des Camps entsprechend zu verhalten. Die eingesetzten Polizeikräfte werden differenziert vorgehen. Sie werden sehr wohl unterscheiden, wie sich jede einzelne Person verhält. Deshalb nochmals Appell an Sie, als Friedensbewegung seien Sie entsprechend vernünftig und leisten Sie den Anweisungen der Polizeikräften Folge. Danke für Ihr Verständnis. Das ist sehr gut! Ich habe noch jemanden ausgesprochen. Ich habe auch jemanden an die Maschine. Ich habe jemanden ausgesprochen, der sonst alles anziehen konnte. Ich habe sogar eine Maschine angeht. Ich habe aber rausgegeben, vielleicht auch jemanden da hin und sommer da hängt. Ich habe eben durch eine Maschine. Ich habe jemanden ausgesprochen, sie haben eine Maschine ausgesprochen, sie haben uns mit einem Schetten. Ich habe gesagt, es wird auch ausgetauschen, es kann nicht die Maschine lösen, sie haben sich wohl die Maschine aufgeladen. Dann ist sie schon wieder weg, warum hat sie sich denn wieder entfolisiert? Entwickelt. Sie hat sich entwickelt. Hättest du mir sowas vor 30 Jahren mal gesagt, dass ich bei sowas dabei bin, hab ich gesagt, du spinnst. Aber die Entwicklung in den letzten Jahren ist einfach so widerlich, dass... Wir sind raus, weil man uns die Zukunft braucht. Das wird nicht erleichtert mit den E-Maschinen. Ach, der nächste. Ja. Der nächste. Untertitelung des ZDF, 2020